Hallo liebe Gartenspezies, ich bin Kai von der Musik- und Kunstschule in Ramschalt. Willkommen zu einem neuen Gartenvideo. Das heutige steht unter dem Motto, macht hoch das Beet. Und was soll der Quatsch? Ja, es geht um hohe Beete. Also nicht um rote Beete, sondern um hohe Beete. Das sind relativ neue Erfindungen, mit denen man, also was heißt, die Erfindung ist alt, aber das ist so ein bisschen in Mode gekommen in den letzten Jahren. Vor allem dann sinnvoll, wenn man im Garten nicht so besonders gute Erde hat. So wie wir in der Musik- und Kunstschule, da ist es ein bisschen lehmig und ein bisschen staubig und nicht so richtig ergiebig für Gemüse. Deswegen bauen wir uns da ein sogenanntes Hochbeet. Und zwar bauen wir das wahrscheinlich voraussichtlich hier hin. Man sieht da links einen alten Weg, den ich so mal ein bisschen freigefegt habe. Den legen wir richtig frei. Die Büsche, die da sind, die werden wir alle kurz und klein schneiden und diesen Weg wieder freilegen. Der Weg wird dann da hinten zu diesem kleinen Gartenhäuschen führen. Das ist völlig mit Efeu überwachsen. Auch da werden wir im Gartenkurs ein bisschen eingreifen und das ein bisschen schöner machen, schöner gestalten. Das Efeu darf da ruhig bleiben. Efeu ist ja eine sehr schöne Pflanze, aber es muss nicht ganz so gewuchert. Aber vor allem werden wir hier, wo jetzt im Moment noch dieses kleine Igelhaus steht, das setzen wir auch um, das macht da keinen Sinn, hier werden wir dieses Hochbeet hinbauen. So, und was ist jetzt ein Hochbeet? Also es ist erstmal, wonach es klingt, das heißt, es ist ein Beet, das heißt ein Stück Erde, in das man Pflanzen setzen kann, das nicht auf Ebene des Erdbodens ist, sondern so ein bisschen drüber. In unserem Fall so 80, 90 Zentimeter drüber, also ein gutes Stück. Das sieht so aus. Man hat aus Holz außenrum einen Rahmen, der wie gesagt so 90 Zentimeter hoch ist und obendrauf setzt man dann die ganzen Pflanzen, der Gemüse, die Blumen, die Kräuter, was man auch immer haben möchte. Das setzt man dann dahin, lässt es da wachsen. Und das Geheimnis des Hochbeets ist, dass die Füllung nicht einfach, das ist nicht einfach nur voller Erde, das wäre ein bisschen billig, dann würde man einfach nur den Boden ein bisschen anheben, sondern diese Füllung ist in Schichten. Die unterste Schicht ist sehr grob, das ist oft so reisig oder Holzstücke, Äste, runtergefallene trockene Äste, kann man da reinsetzen. Der Sinn dieser untersten Schicht ist vor allem für Belüftung von unten zu sorgen und dafür zu sorgen, dass das Hochbeet gut entwässert wird. Das heißt, wenn es da von oben drauf regnet, soll das Wasser da drin nicht stehen bleiben. Das hatten wir ja schon in der Kompostfolge. Wenn das Wasser steht, wenn das Wasser so, dann gibt das so eine Suppe, dann fängt das an zu modern, dann riecht das auch nicht gut. Das ist ein Teil, den ich in der Kompostfolge gar nicht erwähnt habe. Kompost, ein Komposthaufen, eine Wurmkiste, das riecht nicht, das darf nicht riechen. Wenn das riecht, wenn das anfängt modrig zu riechen, wenn das anfängt schimmlig zu riechen, wenn das anfängt eklig zu riechen, dann läuft da was falsch. Dann muss man eingreifen. Meistens ist es dann zu feucht. Wie gesagt, das Wichtigste ist, dass da kein Wasser drin stehen darf. Dann wird das Sumpf, dann entstehen diese ganzen Fäulnisprozesse und dann fängt das an zu stinken. Dafür machen wir hier unten eine Schicht aus grobem Holzmaterial rein. Dann drüber kommt etwas feinerer Gartenabfälle, da können wir zum Beispiel dann auch das, was wir an den Büschen wegschneiden, können wir da reingeben in das Hochbeet, nachdem wir es gebaut haben. Und drüber ist dann eine Schicht mit richtigem Kompost oder Gartenerde, Hochbeeterde. Das kann man auch, also man kann spezielle Hochbeeterde auch kaufen. Das, worin die Pflanzen dann wirklich ihre Wurzeln reinsetzen. Und das Geheimnis ist, dass das, was drunter ist, unter dieser Gartenerde, in die die Pflanzen wurzeln, diese Pflanzenreste, dieser Verschnitt vielleicht auch von den Büschen, das zersetzt sich nach und nach. Und dadurch, dass das von unten luftig ist, können da auch Würmer, Tierchen, können da reinkrabbeln und wieder wie beim Kompost das zersetzen. Und dadurch entsteht über die Jahre in diesen unteren Schichten immer von neuem, nährstoffhaltige, gute Erde. Und das führt dazu, dass man so ein Hochbeet fünf, sechs Jahre lang problemlos immer wieder bepflanzen kann, ohne dass man düngen muss, ohne dass man Erde nachkaufen muss. Man muss ein bisschen was von oben nachschütten, weil sich das unten natürlich, wenn die Würmer da knabbern, dann zersetzt sich das, dann wird das kompakter, dann sinkt das so ein bisschen ein. Auch wenn es drauf regnet natürlich, dann wird das ausgewaschen und sinkt auch so ein bisschen an. Also man muss oben ein bisschen nachlegen, damit es nicht absackt. Aber ansonsten muss man nichts düngen, man muss nichts sonst machen. Man kann da jahrelang immer wieder anpflanzen und bekommt herrliche Ernten. Ja, das ist der Plan. Wir bauen so ein Hochbeet. Wir bauen auch ein richtig großes. Das soll zwei Meter mal einen Meter groß werden. Und wie gesagt, knapp 90 Zentimeter hoch. Und da können wir dann reinpflanzen, was wir möchten. Wir haben das Material auch schon an der Kunstschule angeschafft. Das kann direkt losgehen. Da werden wir auch demnächst mit anfangen, das zu bauen. Hier links ist ein bisschen Kaninchen-Draht oder Volierendraht. Das haben wir bei der Wohnkiste schon gesehen, ist das sehr gut Material. Das kommt unten drunter als unterste Schicht zwischen den Erdboden im Garten und das Holzmaterial, was wir da unten reintun. Das hat den Sinn, dass zum Beispiel Wühlmäuse nicht ins Hochbeet kommen und nicht die ganzen Wurzeln und vor allem, wenn wir Zwiebelpflanzen da drin haben, die ganzen Zwiebeln auffressen. Denn da sind Wühlmäuse sehr interessiert dran. Wir mögen natürlich als Naturfreunde, mögen wir alle Nagetiere. Nagetiere speziell gehören zu den niedlichsten Tieren, die es gibt auf der Welt. Wir haben nichts gegen Wühlmäuse, aber wir möchten nicht, dass die unseren Garten auffressen. Wenn wir die füttern wollen, dann möchten wir das gern selber entscheiden und nicht, dass die in unseren Garten kommen. Und dafür machen wir diesen Zaun da von unten. Wir machen quasi einen Gartenzaun unter das Beet, damit da keine Wühlmäuse und Maulwürfe reinkommen. Und rechts haben wir das Holz und ein paar Pfosten, an denen wir das Holz festmachen. Da gibt es dann sicherlich bald ein neues Video, in dem wir sehen, wie wir dieses Hochbeet zusammenbauen in der Musik- und Kursschule. Hier sind noch so ein paar Bauteile, über die ich jetzt erstmal noch nichts sagen möchte. Das wird man dann im nächsten Video sehen, warum wir da ein Stahlseil und diese komischen Haken und Drehwaren und was das alles soll, das erkläre ich ein andermal. Das ist aber eine ganz wichtige Funktion, wenn man so ein Hochbild baut, vor allem wenn man es so groß baut, wie wir das bauen wollen, dann braucht man unbedingt das, was wir hier sehen. Wie gesagt, das kommt dann in einem anderen Video, damit es spannend bleibt. Und hier ist schon noch ein bisschen Vorgeschmack, was wir dann da oben reinsetzen können. Wir haben ja jetzt, wenn ihr den Garten hinter der Kunstschule kennt, dann wisst ihr, da ist jetzt nicht 10 Stunden am Tag Sonnenschein. Da, wo wir das Hochbeet hinsetzen, ist schon ein paar Stunden lang Sonne an einem schönen Tag. Aber es ist jetzt nicht voll, was der Gärtner voll Sonne nennt, also wo man zum Beispiel Tomaten oder andere Pflanzen, die wirklich viel Licht brauchen, hinsetzen kann. Aber sowas wie Möhren, Radieschen, Rote Beete, auch verschiedene Kräuter, ihr seht hier Pertesilie, kann man da gut anbauen, kann auch gut noch andere Sachen anbauen. Das können wir dann ja besprechen im Gartenkurs, wenn das Hochbeet fertig ist und wenn es richtig losgeht. Wie immer hier zum Abschluss, die Werbedurchsage dieser Gartenkurs startet jetzt voraussichtlich bald, trotz Corona-Zeiten. Weil wir draußen sind, können wir uns das erlauben. Wir können die Abstände einhalten. Wir können sorgfältig mit unserer Gesundheit umgehen und trotzdem Freude im Gärtnern und draußen haben. Wenn ihr Lust habt, an diesem Gartenkurs teilzunehmen, ihr habt jetzt schon so ein bisschen in den letzten Videos auch gesehen, was wir vorhaben. Hochbeet, Kompost anlegen. Wir haben auch verschiedene Dinge mit Tierhäusern vor. Wir haben jetzt gerade unter diesem Busch gesehen, da gibt es ein Igelhaus. Diese Igelhäuser wollen wir auch reaktivieren und wir wollen eine Igelhecke auch anlegen, sodass die Igel da wirklich einen Unterschlupf haben, wo sie sich sicher fühlen, wo sie auch hinwollen, wo sie auch wohnen wollen und vielleicht überwintern sogar. Das wollen wir da alles einrichten. Wenn ihr da Lust zu habt, wenn ihr auch eigene Ideen mitbringt, meldet euch gerne an unter kai-schreiber.de und ich freue mich, euch in der Musik- und Kunstschule demnächst zu treffen zum Gärtnern. Das war's für heute wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.